Behe mich hoch, Scotty! Hallo? Behe mich hoch, Scotty. Dankeschön. Junge, ich hab drei Herzen. Drei, zwei, eins... Fast, das funktioniert. Ja, fast. Weh ich noch ein bisschen weiter drüber, dann hätte es geklappt. Ja, ich dich auch. So, ich verhungere. Ich fress mal kurz erstmal was, warte. Ho, jo. Fede, du hörst sie, ja? Ich hab grüne Äpfel als Hungerpunkte. Aber wir hören ihn fast nicht, er ist da recht leise. Ja, er ist auch, gerade die Leute weg vom Mikro. Wenn er sprechen will, dann springt er schon an meinen Hals. Ja, der kuschelt mal schön miteinander. Oh, mein Pop-Schutz ist dreckig. Oh, Hals an Hals, komm. Oh, jetzt fängt wieder mein Shader an zu klitschen. Oh, scheiße, Vorsicht, scheiße. Ich stehe jetzt hier und warte drauf, dass wir endlich anfangen können. Ich warte jetzt gerade auch drauf. Ich muss so kurz. Habe ich mit deinem Finger, ich stelle dem Thiele seinen Arsch abbrochen, oder was? Nee, ich hab gestern fast abgerissen. Warum machst du sowas? Aus Versehen. Ich hab ne Mutterhaube weggeworfen. Weißt du was, vorsichtig, ich bin heute chillig, also mach du mal die Handwerke. Okay, ich hab keinen Bock. Ich kann sie auch übernehmen. Okay. Georg, mach du hier, genau. Zähl runter, zähl runter. Äh, 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 drei? Hä, warte, warte. Ich weiß nicht. Ich kann nur meine Begrüßung. Mach einfach. Was egal, 3, 2, 1, los. Hallo Leute, ich bin der Vollbossch der Tite und willkommen zum geilsten Projekt auf YouTube G plus PH mit dem lieben Glader und dem unvorsichtigen Vorsicht. Hallo, 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 hallo. Hallo, hallo, ja, natürlich. Er ist unvorsichtig, weil er Vorsicht heißt, ja, natürlich. Mehr vor allem Vorsicht mit PF. Ja. PF, PF noch. Und TVT, herzlich willkommen, dass du bei uns wieder mitmachst und du hast heute einen Gast mitgebracht, stell dir doch mal vor. Hallo, ich bin Fede, aber ich hab jetzt ewig kein Video gebracht, weil mein Dings... Weil er scheiße ist. Nein, ich hab meinen Laptop zurückgesetzt, oder halt, und dann hab ich alles verloren, also auch den, warte, wie heißt das? Oh man. Ja, okay, also wenn du scheiße bist. Den Akku. Ja, einfach so. Nein, ich hab einfach so... Also ich muss schon sagen, Leute, es ist übrigens schön, mal diese Schilder live zu sehen. Oh mein Gott, was ist mit meinem Handy los? Das war's, ist... Fick dein Handy weg. Ich schreibst du, Daniel. Das ist wirklich scheiße, Alter. Ja, du... Hier sind meine Hunde noch zur Warnung, falls du hier auf die Idee kommst, mich hier zu hauen. Ich doch nicht. Falls du durchlaufst, schau ich dich. Ich weiß grad nicht, was ich tun soll. Ach, hilf mal, im Glatter die Porno-VIP-Lounge fertig zu machen, ja. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich besorg dir Glas. Ich brauch, äh, ich brauch... Hey, es wird dunkel. Ich besorg dir Glas. Äh, ich brauch ein Crafting-Table. Haben wir hier eine Crafting-Table? Ja, wir haben hier eine... Nein. Ich baue dir einen, komm her. Natürlich musst du die Crafting-Table fünf Meter weiter in die Ecke stellen. Was war eigentlich die Scheiße? Du weißt, ich? Ja. Vor allem ist das Minecraft-Table in meiner Hütte. Und ich bin ein Bauarbeiter. Du hast oben so eine komplette Holzhütte, du Arsch. Wer war das? Fick dich selber. Das war Chile, Alter. Ey, hier sind Hunde. Ey, ich hab kein Holz. Hast du Holz? Ich hab Holz. Ist zu spät. Sprusewut? Sprusewut, ich hab Oku-Wut. Ja, der fickt dich doch. Äh, kickt dich, Entschuldigung. Tickt dich. Tick dich. Ich ticke mich gleich. Tom, die Wurz dich. Brauchst du dich Glas? Ich brauch Rebels. Das sieht irgendwie hier drin so dunkel aus. Ich hab 48 Rebels. Bitteschön. Rebels! Was mach ich jetzt mal in der Tür so weit finden? Was willst du jetzt mit dem... Alter, fäng dich doch. Ich soll mich da noch irgendwie hier Türchen. Gerne mit wem? Mit Vorsicht. Haio. Achso, das geht nicht, weil ich bin seit gestern Abend mit Knife verlobt in mehrerer Hinsicht. Aha. Ich hab gestern Abend nach der Supreme Commander Aufnahme... Also, ja, jetzt ist quasi Freitag, weil wir Freitags aufnehmen, obwohl ihr das jetzt am Mittwoch früchsten sehen könnt. Ach stimmt, heute ist Freitag. Oh, heute ist Freitag? Ich war irgendwie auf Donnerstag. Du hast gesagt, du hast Glas. Blablabla und hier und... Ich hab gesagt, soll ich dir Glas besorgen? Und du hast nicht geantwortet. Die Mannschaft hat eine voll geile sexuelle Beziehung, wo wir jetzt eingebauten sind. Ich hab ja gesagt. Okay, dann besorge ich dir Glas. Ihr habt es nicht. Glas Blöcke oder Glasscheiben? Gut, ähm... Ich hab keine Ahnung, was ich jetzt tun soll. Hattet ihr eigentlich nicht mal ganz viel Essen? Hab ich alles aufgegessen. Ich will der Glada unbedingt mal einen Saustall einrichten. Das hat er bis heute noch nicht hinkriegt. Das heißt, wir werden kläglich verhungern, wir werden auch wieder nichts haben, wo was zu essen ist. Das wird sich nicht verarschen. Ihr hattet... Hier, Glada. Ich hab... Ich echt verarschen. Ich hab doch 50.000 Steaks in den Ofen gelegt. Ja, aber das ist nicht nachhaltig. Wo wächst das nach? Ihr hattet, glaub ich, aber eine Karotte und irgendwer hat sich aufgefressen. Das ist mir scheißegal, Vorsicht. Du wolltest hier eigentlich einen Schweinestall letztens machen. Hast draußen... Ja, den hast du mir verkackt, du Sack. Hab ich nicht. Ich hab gesagt, ich soll mich verpissen, dann bin ich ausgezogen. Schlägerei. Ja, im Schweinestall. Das, was du bauen wolltest. Ja, Teele, halt die Fresse. Das geht dir nix an. Das ist jetzt hier eine Beziehungskette. Und ich dachte, ich dachte, du holst in deinem Wohngebiet auch Schweine. Was soll die Scheiße? Willst du mich verarschen oder so? Willst du jetzt Milch essen oder was? Nein. Als ob man dich essen könnte. Du bist zäh und salzig. Ja, könnte man scheuen, wenn man wüsste, was gut ist. Ja, natürlich. Pussy. Was? Irgendwie sind hier Zombies rum. Wahrscheinlich werde ich gleich wieder vom Creeper weggesprengt oder so. Ach, ich geh jetzt pennen, es ist zu dunkel. Hier ist mal eine tolle Bude. Du Schweinepriester, du. Toll, ein Loch. Ja, die hat der scheiß Fletcher kaputt gemacht. Ach, Fletcher ist immer scheiße gewesen, so. Gibt's denn eigentlich noch, von dem er schon so allein lang... Nein, 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 nein. Nur, er ist tot. Er ist tot. Okay, ich geh jetzt ins Bett und pennen. Ach, ciao. Nichts, ciao, gute Nacht. Gute Nacht. Weißt du, du kannst nicht pennen, weil ich nicht pennen, ne? Ich tue dich jetzt immer nerven. Warte, guck, siehst du, ich nerv dich jetzt. Fick dich! Du Drecksacken-Müsse-Gewort-Scheik. Ich bin froh, dass ich das nicht sehen muss. Wolltest du mein Bett? Geh mir mal ein Bett. Ich hab dein Bett nicht hier. Dann sücherst du mein Bett. Nein, ich hab das Bett nicht. Ich hab das Bett hier nicht. Ja, okay, ich hab's selber. Was ist das? Scheiß-Fucking-Dusel-Dreck-Scheik. Tine, leg dich pennen. Wenn du dich jetzt nicht pennen legst, dann bringe ich dich um. Ich penne doch schon längst. Ja, ja, natürlich, ja. Du pennst nicht. Ich werd grad nur schwarz vor den Augen. Okay. Oh, ich hab ne Porno-Lounge gebaut und hab ganz viel Glas dran. Hui. Fette Scheiße, du hast es nicht gebaut, das bin ich, du Arsch. Hey, keine Kraft ausdrücke. Hat die Presse. Okay. Ja, ich verstehe aus Kraft ausdrücken. Ich geh jetzt mal nach Esten für euch suchen. Ich könnt's mal was craften. Ich muss auch erstmal irgendwie da auf den Berg kriegen. Ja, das geht schon. Da braucht er hinten so einen Stall hin. Jetzt macht das wieder kaputt, oder was? Dann will ich gerne mehr Platz haben hier. Nein, die Viecher kommen dann in den Stall, wo sie auch wirklich davor hätten hin sollen. Genau. Weißt? Viecher? Ich renne hier los hin und los rum. Ich müsste hier mal irgendwie was essen. What? Schon besser. Ich dachte grad, mich haut jemand, aber das kommt doch von den Spinnenaugen. Eine Angel hätte ich mitnehmen können. Hat hier jemand meine imaginäre Bibliothek zerstört? Ja. Das brauchst du selber, du hast doch Platz gemacht für deinen scheiß Puff. Nichts da! Ich hab sie extra hier hingestellt. Toll. Ich hab Schafe gehört. Wo ist die zweite hin? Wo ist die zweite hin? Fickt euch doch. Und scharfe bedeutet Essen. Ich hab sicher ein Schaf gehört. Tilt doch den Hasen. Wieso hast du den Hasen nicht getiert? Weil die Hasen es nicht verdient haben. Weil die Hasen sich hassen. Boah. Ich hab da grad sicher ein Schaf gehört. Hast du nicht. Doch. Nein. Ich blieb mir es doch nicht. Nein! Doch, da ist ein Schaf, schau da oben. Nein, da ist kein Schaf. Doch. Nein! Doch, es macht ihn auf Tarzan. Es macht nicht Tarzan, es macht Mäh. Auch. Ja. Taranschaf. Es macht Tarn Mäh. Taranschaf. Komm, Schaffi. Komm. Hey, ich bin geil. Schau mich an. Hat der Schaf ein Gillisuit an? Ist es grün? Nee, leider weiß. Weiß wie weiß. Ja, dann ist es ja kein Taranschaf. Hat es einen roten Mantel und kann fliegen und explodiert, wenn es dich trifft? Ja. Wenn du es mit Arteffekt bearbeitest, schon. Was? Vorsicht. Was? Was? Hast du dich gerade selbst gerufen oder so? Was? Ein Arsch, der fliegt, explodiert und fliegen kann? Ja, und? Du bist doch nur freilisch. Ich kannst, du nicht. Fuck, jetzt habe ich mich selber eingebuddelt und komme nicht mehr raus. Das sieht dir aber leider ähnlich. Halt die Fresse. Nö. Hashtag Vorsicht Style. Immer geil. Hashtag Vorsicht Dumm. Vorjung. Nein. Verjüngung. Entjungferung, was? 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 Wer bist du denn? Tobi. Ich bin der Vollpfosten THD-Siegeltier. Warum? Warum? Weil er am Vollpfosten ist. Schwer zu sagen. Ja, weil er am Pfosten ist. Kann er im Pfosten Minecraft spielen? Ja. Ah, ah. Pfosten spielen nur Minecraft. Ich baue gerade einen Pfosten. Schwimmt auch wieder. So, also ich hätte jetzt ein Schaf, wo sperren wir es ein. In den Berg. Nicht bei mir. In den Berg. In den was? Er hat den Schaf gefickt. Er hat einen Schaf gefickt. Nee, ein Schaf gehört in den Puff. Ja eben, ist ja schon gefickt. Ja. Ist es pink und lila? Noch nicht. Dann färbst du doch mal pink und lila. Das überlasse ich Rimm, wenn der mal Zeit hat. Du kannst doch Geld. Rimm. Färbst du schnell Geld? Da hast du voll an. Vorsicht, ich brauche deinen Spruce Wood. Färbst gelb, färbst gelb. Färbst gelb. Ich habe mich eingegraben. Ich komme jetzt nicht zu dir wegen deinem Spruce Wood. Ach, leck mich doch. Ich kann es dir rausschmeißen. Nein, du darfst nicht in meine Hütte. Ach, komm, ich schmeiß dich rein in deinen Scheiß-Puck. Nein, ich wollte da gerade durchlaufen. Das ist ja wieder rausgekommen. Oh mein Gott. Ich muss wieder kurz alles in die Kiste legen hier. Okay. Bäh, Thiele schrei nicht so rum. Schei, Yung. Bäh. Ich habe es immer noch gefickt. Ich glaube, Schaf erholt sich nicht von dir. Oh, es liegt hier ein tolles Material. Das nehme ich gerne mit. Ja, nimm es gerne mit. Oh, es findet Glada geil. Glada, schaf mich. Schaf mich. Es ist nicht lila. Ich habe gesagt, es ist lila. Schon mal was von lila Schafenbestellung gehört? Weißt du was? Mach dir Augen zu und stell es dir vor. Hey, bleibst du da, du scheiß Dreckskind. Ich und Kind? Ich und Kind? Nein, das Schaf ist... Alter, das ist ein Suizid-Schaf. Hey, Suizid-Schaf. Kamikaze-Schaf, also doch mit rotem Umhang. Du hast uns zweimal gefickt. Du bist doch dumm. Ja, vielleicht folgt. Jetzt folgt. Guck, das funktioniert immer. Siehste? Schafe mögen Weed. Verstehste? Weed. Kippe aus Schaf. Komm her, Schaf. Komm her, du scheiß Schaf. Du verdammtes Kack-Schaf. Fick dich. Wieso hast du es getötet? Weißt du, jetzt habe ich einmal was gefunden, dass wir Nahrung haben. Als du scheiß Schaf ist. Du hast meine Mutter getötet. Hast du davon? Was soll die Kacke? Ich bin hier. Ich bin hier mit dem großen Teil. So. What? Großes Teil? Jungens, seid nicht zueinander und liebet euch, ihr Arschlöcher. Gerne. Krack, jetzt ist mir meine scheiß fucking Dingshacke, Spitzdingsen, kaputt gegangen. Soll ich dir eine mitbringen, eine neue? Nein. Okay, doch. Aus Eisen. Ja, bitte. Ich könnte mich ja eigentlich hier auch komplett einbauen, wie wäre denn das? Ja, geil. Super. Hättest du doch gleich 18 Spitzhacken machen können. Was ist das helle? Versaut der unser komplettes Eisen für scheiß kacken Spitzhacken oder was? Ihr habt noch zwei Stacks, mein Gott. Er hatte nicht genug Stärke. Stärke? Stärke. Und besser, und warum... Ich habe schon bescheid einen Sprachfehler, ich kann nicht... Warum habt ihr zwei Stacks? Weil ich das letzte Mal, als ich mitgespielt habe, die in euren Kisten gefunden habe und sie geschmolzen habe. Ich schlag die Juri immer schleichen nicht. Wo ist das hin? Wo ist die fucking Spitzhack da? Ihr habt noch ein Stack Stöcke. Mach 18 Spitzhacken, bitte. Bitte. Hast du wieder Spitzhacken gemacht? Mach mehr Spitzhacken. Lass mal dir hier spitzhacken, sonst schieb ich dir gleich die Spitzhacken in den Arsch. Ja, musst du erstmal einen echt machen können. Jetzt mal nicht so aggressiv hier. Ich schieb euch gleich die Spitzhacken sonst wohin. Ja, wohin? Ja, aus der Arsch, wo willst du denn hinstecken? Ins Jenseits. In sein Jenseits? Ja, in sein Jenseits. Ich dachte, wir wären so gut schul gewesen. Oh. Ein Jenseits-Dackel bist du doch. Ein Jenseits-Dackel. Vorsicht, der alte Mann. Vorsicht, du bist hier doch der alte Sack, oder? Alter Dackel. So, ich geh mal durch jetzt mal um Essen. Spitting, spitting. Was hast du jetzt für ein Problem mit mir als alter Sack? Du kleines Piss-Scheiß-Windelkind. Spricht zu mir. Spricht zu Papa. Wie meinst du jetzt? Michela Kladder? Frage ich mich auch, ja? Ja, Kladder ist schon jünger. Also bist du doch ein Sackkind, ne? Alles Sackkind. Ach stimmt, Kladder ist fünf. Er ist ein alter Sack. Er vergisst Namen schon. Was? Wer spricht da zu mir? Habt ihr euch auf den Timer geschaut? Bei mir sind es jetzt dann ein bisschen mehr als 15 Minuten. Ja, ich bin dran. Ja, ich bin dran. Ich hab, ich hab gerade 13 Minuten und 50 Sekunden. Ja, ich hab glaube ich auch ein bisschen früher. Aber das ist hier gestartet. Ich hab so eine... Ich muss... Hoffentlich krieg ich es noch hin, dass ich richtig schneide. Egal. Dann gibt es bei mir einfach mit Vorgeschmack, was passierte vor der Aufnahme. Vorgeschmack schreibt man übrigens mit PH. Vorgeschmack, so. Porgeschmack. Der Porgeschmack, Alter. Porgeschmack. Genau. Ihr schmackte Po. Schleimock. Ne. Wieso Schleimock? Heute sehen Sie... Angeln. Oh, sehen Sie den Fisch? Wir haben einen Kugelfisch. Esst den. Kugelfisch sind geil. Wer fand ich, Herr Tumme? Ah, ich... Kugelfisch. Oh, er hat Bock auf giftigen Fisch. Ja, ich hätte gern ein Kugelfisch-Sushi. Mach mal. Willst du ein Essen? Ich gebe dir gern. Gib mir einen Kugelfisch-Sushi. Komm schon. Ja, hör damit. Ah, Kugelfisch-Sushi. Ein Kugelfisch, ja. Toll. Kugelfisch-Sushi. Oh, lol. Hey, ich bin grad den Berg rauf... Ist es wirklich Kugelfisch als Brille? Nicht schlecht. Ich bin grad den Berg rauf gerannt, hab die Angel geworfen, und dann kam einfach ein Fisch. Perfektes Timing. Es kam ein Fisch. Ja, der ist den Berg jetzt hinterher hochgebrochen. Boah, alle. Die äußere Einrichtung ist fertig. Vorsicht. Goal. Was? What? Der Fisch liegt an der Treppe. Richtig geil. Gelbe oder rote Blumen? Du sagst es gelbe, ne? Natürlich gelbe, weil mein Logo gelb ist. Gelbe Blumen. Gelbe Blumen. Gelb. Wer lässt hier immer die Türe auf? Ich hab sie zugemacht. Ich weiß nicht. Vorsicht. Näh. Näh. Nemo. Ach, da ist Nemo. Jetzt hab ich ein Kabeljau, einen Clownfisch und einen Rundlachs. Du hast dich selber. Einen Clownfisch. Wuhu. Ha. Okay. Und alle lachen. Ich hör, wie das Internet danach schreit. Oh, Kugelfick. Hast du schon gegessen? Nein. Wieso? Weil ich noch nicht... Hat nicht so gut geschmeckt. Ähm, wo komm ich jetzt ein bisschen an Wasser ran? Shit. Wasser ist unten am Berg. Ich bin einfach runter. Ich weiß, aber wo komm ich an Wasser ran, wo ich schnell wieder hochkomme? Ich geh jetzt auf meine Wunde pennen! Ich schwitze an Stellen, wo man nicht schwitzen sollte! Ah, ja. I. Ich penne jetzt. Würden wir jetzt auch mal pennen gehen? Sekunde. Jetzt. Nix. Sekunde. Jetzt. Ich muss den Berg jetzt erstmal raufrennen. Ich sorg gerade für Essen. Oh. Mann. Meine Unterhose zieht sich gerade zusammen. Oh, shit. Ja, geil. Ja. Ein Schweißgetränk zieht sie sich zusammen. Ah, ja, geil. Bist du entfangen? Warum ist es wieder dunkel? What the fuck? Kann doch nicht wahr sein. Okay, pennen gehen. Ah, geh doch. Ja, halt's mal. Verpiss dich. Nein. Verpiss dich, oder? Ja, okay, komm. Komm her. Komm her. Pennen. Wir haben die Tür offen gelassen. Es kommt ein Zombie rein und tötet uns. Ist mir scheißegal. Ich so ist nix gekommen. Mann, echt, ey. Da muss ich Wasser. Da ist Wasser. What? Eingang. Der hat irgendwas teleportiert. Pass auf. Ah, mit zwei Eimer wäre es vielleicht schneller geht. Aber egal. Ich hab jetzt ein Waterbucket. Ein Waterbucket. Wir brauchen Schafe, Mann. Ja, ich hatte eins, aber du hast es getötet. Ja, aber das war nur eins. Und dieses eine bringt uns nichts. Ja, aber hätten wir noch eins gefunden, dann hätten wir schon zwei gehabt. Aber da du ja jetzt eins... Ja, nee, wo ein Schaf sind, wir sind mehrere Schafe, verstehst du? Ja, aber vielleicht sind es ja nur noch zwei. Deswegen wäre es ja scheißegal, ob ich es gekillt hätte oder nicht. Ja, aber wenn es nur zwei... Es wäre trotzdem gestorben. Warum? Weil es trotzdem gestorben wäre. Warum? Es hatte Cancer. Oh, das Arme ist scharf. Es hatte Lippencancer. Lippencancer. Wow, der hatte gar nichts gebracht. Hä, was? Hä? Ne, muss dumm. Wir haben noch Wolle, verdammte Scheiße. Und Strings. Und Strings sogar noch, siehst du? Wir haben Strings. Strings. Strings Tangas. Verpisst dich mit deiner scheiß fucking Dings hier. Fucking Dings. Ja, ist... Angel. Fucking Angel Dings. Eine Karfenrute mit 3,60 Meter Länge und 120 Gramm Wurfgewicht. Ja, ja. Angel halt Dings. Fischdingens Teil Route. Ja. Rot und Weiß. Aus Kohlefaser. Kohlefaser, Angeldingens Teil Route. Wo haben wir noch Schafe? Ich mach die Schafe blau. Bring erst mal Schafe lebendig hierher, bevor du sie blau machst. Ja, aber was essen eigentlich Schafe? Weed, ne? Ja. Okay. Kein Wunder. Schafe sind natürlich heiß drauf. Oh, ich hab eine Schüssel geankert. Geankert. Ja. Anker mal. Boah. Ist. Ah, egal. Was denn jetzt schon wieder? Wer hat denn hier alle ermordet, Mann? Der Ringo war es doch schon wieder, ne? Genau, im Zweifel war es immer Ringo. Natürlich, der hat doch hier im Wald alles abgemorgst. Aber eigentlich müsste da wieder was spawnen, wenn man lange genug die Chunks lädt. Nein, die spawnen nicht mehr. What? Wer baut denn da so viele Öfen hin? Rack den Dealer. Den Dealer. Oh. Hey, Dealer. What? Warum? Weil ihr keine Öfen hattet. What? Warum? Was ist das denn? Weil ihr schmelzend schlecht seid. Wir hatten Öfen. Wir haben sogar noch ein Öfen irgendwo im Kisten. Ja, zwei Stück, die ich da reingelegt hab. Ja. Was brauchen wir so viel Öfen? Ja, wenn ich gleich ganz viel Fisch angel, dann können wir die alle schnell braten. What? Ich lass die Schweine mal leben. Ich bin immer noch keine Schafe, Leute. Wie wär's, wenn du mal... What? Ich sag's... Wenn du mal Schafe herholst, äh, Schweinchen, äh, Gedöns, äh... Ja, hätte ich Karotten, wir haben aber... Ne, in der Kiste. Ja, hol du doch mal Schweine. Beim anderen Haus müssten Karotten sein, ne? Nein, nein, wir haben noch Karotten da in der Kiste, hab ich mitgenommen. Ich hab die Karotten mitgenommen und die die Kiste gelegt. Ja, hab ich glaub irgendwann die gegessen. Die Karotten raus. Verdammte Scheiße, vier Schafe! Der Teele hat sich gefressen, da sind keine mehr. Ich hab keine gefressen, die waren schon weg. Was, Schafe essen? Was für Schafe essen? Oh, nö, 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 nö! Nö, 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 nö! Ich wollte das Schafgarten mit Rapis Latsch mal wieder. Wir müssen auch gleich fertig sein mit der ersten Folge, oder? Ja, ich weiß nicht, wie Spicey aussieht, aber... Hallo, Le, kommt aber her, ja, 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 ja. Was, ja, 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 ja. Hoffentlich ist die KI nicht so dumm. Alter, bin ich nicht dumm. Ich bin ja keine KI dumm. Oh, scheiß, hier ist ein Hund. Also eigentlich sollten wir... Tötting, Tötting. Also ich bin nicht... Nein, das ist irgendwie total böse. Ich habe 24 Minuten. Zwei Minuten weniger, also müsste es bei fast 24 Minuten sein. Oh, der 300 AD. Fang an zu ackern, Vorsicht. Hä? Fang an zu ackern, Vorsicht. Wieso ackern? Wo ist das da steht? Fang an zu ackern, arbeite für uns. Du bist unser Sklave. Wir enden jetzt die Aufnahme. Alleine im Haus, einsam und alt, werde ich sterben. Fände ich gut. Ja, mit dem letzten Knochen. Und wir stehen mit Fischen. Ich habe 300. Und der Anfang kriegt einen Knochen im Arsch. Ich sage, danke, dass ihr zwei dabei wart. Auf Wiedersehen und Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.